Auf einer Flugroute kann man wunderbar Prisoner schauen wie die Zone da ist. Genug Training, jetzt stellen wir uns dem echten Feind. Ja, das ist Prisoner dann auch scheiße. Okay Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Das Gas meidet schnell in die Sicherheitszone. Bra, ihr geht weg. Waaah, jummann, die Problematik. Waaah, nein, wir dürfen einen Begriff noch. Da bist du. Ja, okay. Drin ist schon. Der gelandet ist, glaube ich, runtergeflogen, oder? Ja, einer hat Bauer geholt. Boah, Alter. Was? Nix. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte Bauer brechen. Was ist da bei euch? Da, ich wollte den Bauer gerade wegschroten. Hier ist noch eine Weeziek. Ich geh schon mal hier rein. Oh, Mann, ey! Steff, bei mir hier. Definitiv. Komme. Oben, wahrscheinlich. Wir sind da. Mach auch Totenstille an. Ich weiß egal, mit drei Mann hoch, Alter, einfach. Ne, die Türen sind noch zu, Alter. Oh, verschwendet. Die, die Türen war auf, ja. Warum bin ich denn so streckhaft, Alter? Was ist denn los mit dir, Alter? Freut mich nicht. Oh! Ja, ich bin down, aber er hat gut gekriegt. Freut mich. Warte, ich lasse mich hier runterfallen. Hier auf dem Balkon bin ich jetzt. Ach, auf dem Balkon. Scheiße, ich bin da ganz unten gelaufen. Ja, ich war auf dem Dach. Ja, die haben ihn geholt. Ja, bei dir beim Shop, oder was? Ne, beim anderen Shop, oder nicht? Das hat sich, das hat, ne, das hat sich mehr oder weniger nach links angehört, bitte. Aber, der Shop ist zu. Ne, doch, raus. Boah, ich brauch nur ne Piste, Alter. Ich hab nur die Schrotze, Alter. Boah, ernsthaft? Geh mal in die Feuerwache. Oben im Turm ist einer, oder ist das Bauer? Okay. Ich hab hier mit Molotow getroffen. Ich glaube. Er springt runter. Irgendwo hier runter. Ich bin los. Ich seh ihn nicht mehr. Ich lass das da. Reicht den, klar. Ja, na klar, er macht mich auch noch weg. Wir sind noch zwei da unten in den Reihen. Die zwei unten rechts. Na, links. Nein, da zwei, ja. Gut. Hm. Ich hab mir den eingetreten. Läuft euch wieder klasse heute. Du bist jetzt im Gulag. Kämpfe, um erneut eingesetzt zu werden. Wir sehen nicht, Bauer. Hast du ihn? Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Flucht. Ich hab ihn gar nicht gesehen, durchgehend nicht. Mach deinen Gegner fertig oder nimm das Ziel ein. Marco, rechts von dir. Toll. Ich stehe hier wieder in der Druck. Hier, Ficker. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Ich lasse mein Leben. Verbündete Drohne in der Luft, starte Überflug. Ja, die hauen ab. Jo, danke. Also in der Feuerwache war keiner mehr, das heißt unser Loop müsste da ja jetzt eventuell noch... Wir entlang. Ich habe gerade einen überholt. Feindliches Team, verfolg deine Position. Ah, klasse. Ah, dann die C4. Nee, ich habe das zu viel geschafft. Boah, Alter. Gerade so hier rein, Alter. Wir drohen ganz hoch. Oh, ich kann das nicht verändern. Nee, doch nicht. Warum hast du die Tür jetzt vor mir zugebracht? Muss ich, sonst kann ich das Gewehr nicht nehmen, Alter. Und wo kommen denn jetzt die Raketen? Ich bin gerade schon wieder... Ja, ich bin hier in der Feuerwehr rein, durchs Tor, wo der LKW steht, da wurde ich auch beballert. Bauer. Bauer. Ja, K.O. Bauer. Andere Seite. Bauer. 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 Ich habe einen Clusterschlag mitgenommen. Ja, Bedrohung ist noch. Also, ist wieder runtergegangen. Nee, ist hier safe irgendwo, Alter. Ausrüstung noch? Ja hier links werden sie irgendwo sein. 40 Sekunden haben wir noch einen. Habt der gehört? Der Feind springt da? Ja. Bei mir irgendwo? Ja hier. Grundbank ist wieder ganz hoch. Freischirm. Wo? Oh oh. Das Gas kommt Gas kommt Gas kommt. Schmutz. Der ist genockt! Er hat sich selbst getötet. Oh, hast du Platten? Gut. Du hast die falsche Verfolger abgehängt. Ah, fuck. Fehler. Boah, du läufst jetzt einmal außen rum? Feindliche Drohne über uns. Jeep, Jeep, Jeep. Äh, Quart? Ja, schade. Eigner, da! Hm? Ne, das Auto steht doch schon, oder? Ne, der ist doch. Das ist ein Idiot. Doch. Ich hab's schon mal gesehen. Da sind zwei von der Karte gefahren. Ne, ich hatte das auch schon an den Ports mit Jürgen, Alter. Der ist einfach ins Wasser gesprungen, Alter. Ja, was, Alter? Das wissen die sogar... Das haben wir doch letztens auch erst, da... Ja, mit dem Quad unten beim Gulag. Ja, genau. Sind einfach... ...ins Wasser gefahren. Ne, außerhalb der Karte gefahren. Das war vielleicht ein bisschen... Irgendwo wird hier geschlossen. Oh ja, oben. Oben, oben, oben. Oben. Da oben. Hier ist lang. Ach, ich hab ja gar keinen Sniper. Ich seh einen. Ich hab'n Clusterschlag. Warte, Vorsicht, Clusterschlag kommt. Ja, und Ton auch. Die müssen gleich irgendwo. Bei mir. Er hat 2-Tracks. Alter, das kann doch gar nicht rein! Weg! Weg! Ich... ich drehe ihn, das bricht das... Geht gar nicht! Oh, ne, ich glaube nicht, Alter. Aber da liegen jetzt... Ja, wo das waren... Zwei war... Einer war Potter und einer war der Typ, ja. Also Team Hyper, glaub ich nicht, ja. Was ist denn heute los, Mann? Die Türen auch alle schon aus. Holz und Butter, oder? Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Danke. Ne, ich will platten. Braucht jemand Panzerung? Ist noch waffentechnisch irgendwas? Natürlich nicht. Hier. Hier, hier, hier. Ach, warte. Danke. Was für eine Ehre, Alter. Ne, ich nehm das, äh, BKM, Alter, von dem Dude. Zusammen selber gebaut, weißt du? 1 Klasse. Okay. Ist gar nicht so verkehrt. Hier ist noch Platte. Braucht jemand Panzerung? Wie man stalken, oder was? Nein, das ist gerade mit der Zone los. Irgendwie. Müsst ihr jetzt gleich? Komm. Rücke vor. Das Gas nähert sich dir. Ja, aber wohin kommt das Gas jetzt? Na, erstmal in Zone ran, leider. Und dann sehen wir... Das... Weil wir an der ganz schmalen... Seite sind, Mann. Wir haben übelst viel Zeit. Wir sind jetzt so. Richtig gut, eigentlich. Wollen wir... Oh, ich darf, guck mal. Oben im Turm ist noch ne Kiste. Ich bin kurz in den Turm. Das geht. Ich bin kurz in den Turm. Ich bin kurz in den Turm. Ich bin kurz in den Turm. Vorratskiste gefunden. Fortsichert. Hier ist eine MP. Wo? Ignoriert das. Da, ich ziehe los. Ich dachte, das war auch nix, ne? Da, ich ziehe los. Ich hab kurz. Du hast das Ziel entdeckt. Hier ist eine MP. Hier ist eine MP. Braucht jemand Handeln noch? Wie einer die MP? Ne. Feindliche Drohne über uns Ausrüstung eigentlich holen, oder? Ja, dann kann ich mir Geist wiederholen Hier ist etwas vagell Das GAL kommt näher, neue Sicherheitszone wird markiert Ziel aktualisiert, weiter zum nächsten Standort Warte, dann gebe ich den Rest wieder, dann kannst du dir den Masker holen, warte Ja Oh, ich dachte doch, dass die direkt bei mir ist, nicht, dass ich das Ding auf dem Kopf fällt Was nimmst du jetzt? Verdacht? Besteht die Möglichkeit, dass ich die AirMech wiederkriege? Ne, ne? Äh, kann ich machen, dann nehme ich meine eigene, dann habe ich keine Snapper Ne, ist okay, ich glaube, wir sind nicht, dass wir jetzt eine Cypher brauchen, Alter Dann nehme ich jetzt noch mal die AirMech, und da halt die MP, die ich hier hatte Ich denke, wir eine Snapper brauchen wir halt nicht unbedingt Ja, ich habe sie gerne dabei Ja, ich meine bei der Map jetzt, weißt du Bei der Endzone Ja Wollen wir den Auftrag noch fertig machen, oder? Mhm Ist ein Rucksack da drin, natürlich, wenn wir Mhm Mhm Ach, nein, Mann Den Rucksack da drin Mhm So, wie ist der Plan? Ich würde sorgen Oh ja, warten, wollen wir schon mal irgendwie ein Airport, Alter Damit wir dann da in die Kellergewölbe gehen können, falls der Endzone ist Ja, los Ja, los Vier etwa Aber, ich will mir noch eine, auf jeden Fall noch eine Maske kaufen Ja Oh, ein Profisitzel Ich merke, hier liegen auch so ein paar rum Ich sehe nichts Oh, liegt da, ja Oh, toll, jetzt habe ich gerade mit C4 geschehen Ich kann ja wieder mitnehmen Ich will noch einen kaufen, jetzt Hier können wir auch echt erst noch bleiben, Alter Ich bin bei meinem Job, Alter Selbstwiederbelebung Der Feind spricht über dem Gebiet ab Auf den Himmel ab Hast du gehört? Ja Feind gelandet Geht nach unten Bist du runter gegangen, oder was? Naja, aber Er hat mir C, schnell C4 geschmissen und hab mich abgehauen, Alter Ja, könnte gut sein Zwölf Meter Zwölf Meter Ja, der ist unter uns Sieben Meter Ah, Jutta, neilke Junge Du hast mich gerade daneben gerettet Hahaha Die Dings liegt da, ne? Jamballa, oder was? Wollen wir aber nicht, dass sie in Platten hier noch lagen Nein Ich hab nur einen Profisystem eingesetzt Schüsse Schüsse Langquadrat Markiert Vor der Beschützung Schüsse Die Dings Hey, man guckt sich selber damit auf Ich hab den da hinten auf die Häuserkante gemacht Eigentlich Also wenn es das was gibt's drauf Aufpassen, dass da hinten keiner kommt Da ich würde mich am besten überlegt mich in den zu leben sieht man das da lag der ja auch schon recht von mir nichts mehr da oben an der häuserkante oben auf dem dach waren wir jetzt selbst bei mir der eingang dahinter ist auch glaube ich zu den ich gerade meinte ne ich will nicht nur mit einem klärster werden 25 meter in richtung wo marco steht wo bauer steht dann oben oder unten 30 meter im bauer seine richtung oben oder unten 30 meter weiter komm jetzt bitte nach hinten nicht ohne ne nach da jawohl ich habe ich team ausgelöscht sauber 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 hier kommt noch einer habe ich sauber ja hier rein in der kante und erstmal hier stehen bleiben in der ecke hier in der ecke erstmal stehen bleiben in der ecke zurück kreuzi 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 einer wurde geheilt ich wäre anders umgegangen ich glaube am dach fliegen Geht's irgendwie oder so. Ey, hol mich mal wieder, hol mich mal wieder, hol mich mal wieder. Ach nee, geht doch gar nicht mehr, scheiße. Boah, ich muss hier runter, ne? Ja. Da ist ein Step, links sind die Steps, die roten Steps zu sehen. Nein! Ich hab letzt wieder Belegung. Ich hab letzt wieder Belegung. Mach' ich weg, mach' ich weg, mach' ich weg! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da, da, da! Nein, scheiße! War das der letzte? Ja, das waren die letzten. Drei Leute, also zwei von denen haben wir gut. Nee, boah, war ja auch da oben. Wer war denn zu drinnen? Scheiße! Das zählt er dann auch noch, das zählt er dann auch noch als Team. Naja, war ja noch nicht gefinished da. Zwei Teams, zwei Teams, drei Leute waren der noch. Also war der letzte quasi. So'n Dreck ey. Ich hab' ihn so spät gesehen. Ja, ich kann doch erst, wenn ich den Bildschirm habe. Ne, du kannst auch Wapschuh drücken. Hab' ich ja grad auch gemacht, um zu gucken, wie geht's da gemacht haben. Wie viel haben wir gemacht? Fünf, fünf, drei. Fünf, fünf, drei. Also ich... Ich bin Bauer 503. Bauer 503. Schickt euch doch. Ja, ja. Auf jeden. Ganz ehrlich, ich glaube mit dieser guten Runde bin ich auch das Game. Echt? Ja, ich glaube schon. Und ich will heute echt mal früh ins Bett. Ich will um neun aufstehen. Ich will ein Fahrradladen. Und... Wie später haben wir es denn überhaupt? Ja, kurz noch zwölf. Ja, Marco, du kennst doch das ungeschriebene Gesetz, oder nicht? Ja, aber ich will's auch klippen. Und dann will ich das aber auch gleich hochladen, weil ich keinen Bock habe, das später über USB zu machen. Und dann lädt er das jetzt gleich hoch. Und... Ja, aber du weißt doch. Ungeschriebenes Gesetz. Letzte Runde Prison oder Zug. Oh. Da offen war Gefahr, dass es wieder leckt bei mir. Egal. Ich clip erstmal. Clip mal.